Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller setzt die Predigtreihe Der Traum eines Propheten mit dem Thema Jesus fort. Wie kann man auf gute Art und Weise kämpfen? Sie kämpfen nicht immer gegen Menschen, sondern gegen Widrigkeiten, Ängste, Herausforderungen und Hindernisse. Es ist nicht leicht, unsere Feinde zu lieben, das Böse mit Gutem zu überwinden und so Jesus ähnlicher zu werden. Deshalb tun es die meisten Menschen nicht. Wie ist es mit ihnen? Entdecken Sie Hour of Power mit Bobby Schuller. Die beste Stunde im Fernsehen.